Meine Damen und Herren, liebe Hörer der Rias, Ein 80. Geburtstag ist zwar nicht so schön wie ein 25. Doch muss man der Vorsehung tief danken, wenn man ihn nicht nur in guter Gesundheit, sondern auch in voller Schaffenskraft erleben darf. Und jeder Tag mehr ist ein Gnadengeschenk Gottes. Anerkennung ist immer Wohltuend. Ich hatte davon ein Teilchen bereits in meiner Jugend. Doch kommt es mir vor, dass man sich im Alter noch mehr daran freut. Vielleicht spielt dann Eitelkeit eine größere Rolle. Jedenfalls danke ich herzlichster Rias, dass sie meinen Geburtstag mit einem Querschnitt durch Mannschaften zu feiern gedenkt. Ich blicke niemals gerne zurück. Vergangenheit gehört zum Tod. Doch kann ich heute nicht umhin, ein wenig in der Vergangenheit zu wandern. Es erscheint der heutigen Generation fast unglaublich, dass ein heute Lebender mit Brahms in Berührung kommen konnte. Doch zählte ich schon 18 Jahre, als Brahms mein erstes, später als Opus 1 veröffentlichtes Klavierquintet in Ischel seinem Sommerafenthalt kennenlernte. Auf seine Veranlustung wurde das Werk im November 1895 im Wiener Tonkünstlerverein, dessen Präsident er war, aufgeführt. Bei dieser Gelegenheit besuchte ich ihn zweimal in seiner Wohnung. Auch war er bei der Aufführung des Quintets zugegen. Nach dem Konzert waren wir in der Gesellschaft von mehreren Musikern gemütlich beisammen. Intimer waren meine Beziehungen zu Josef Joachim, der zwei Jahre älter als Brahms war. Joachim lernte ich in England kennen. Im Sommer der Jahre 1901, 1902 und 1903 spielte ich Sonaten mit ihm im Hause Victor von Miller zu Eichholz in Gmunden, Schalzkammergut, wo Joachim als Gast der Ex-Königin von Hannover alljährig zwei Wochen verbrachte. Dieses Musizieren war wohl der Anlass, dass Joachim mich 1905 als Professor für Klavier an die Berliner Königliche Hochschule für Musik berief. Ich hatte Gelegenheit, an drei Bonner Musikfesten mit Joachim Sonaten und Kammermusik zu spielen. An einem spielte ich unter seiner Direktion das Schumannische Klavierkonzept. In Berlin war ich häufig Gast in seinem Hause und natürlich hatte ich mit ihm als meinen Vorgesetzten auch amtlich zu tun. Ich profitierte viel von seinem Beethoven-Spiel. Ich hörte auch Beethoven sämtliche Quartette von ihm und seinen Quartettgenossen vorgetragen. Und da er Brahmsens intimer Freund war, bekam ich durch ihn die Tradition für die Wiedergabe bramsischer Werke. Eine sehr bedeutende Geigerin war Lady Halle, geborene Ruder. Mit ihr spielte ich Sonaten in London und in vielen Orten Dänemarks. Sie war damals bereits eine bejahte Dame, doch war ihr Spiel fast jugendlich temperamentvoll, kräftig, rhythmisch und sehr sauber. Im Hause von Victor von Milner in Gmunden traf ich auch häufig mit Karl Goldmark zusammen, den ich noch in Budapest anlässlich einer Goldmark-Feier kennenlernte, als ich mit vier meiner Kollegen, Schülern der Musikakademie, sein Quintett öffentlich vortrug. Auch den berühmten und berüchtigsten Kritiker, Eduard Hanslick, lernte ich im Hause Milner kennen. Eines Tages hatte Hanslick den Wunsch, mit mir vierhändig zu spielen. Er wählte eine Bearbeitung des dwalschakischen Klavierquintets. Es war sicherlich nicht sehr nett von mir, doch ich wollte den alten Beckmesser aufs Eis führen und hetzte ihn im letzten Satz in ein fast unmöglich schnelles Tempo hinein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, er hat tapfer ausgehalten. Sehr viel verdanke ich dem bedeutenden Beethoven und Wagner-Dirigenten Hans Richter. Ohne ihn wäre meine pianistische Laufbahn nicht so glatt abgelaufen. Nach Beendigung meiner Studien an der König-Ungarischen Musikakademie im Juni 1897 war ich von der Budapester Philharmonie für ein Konzert in November als Solist verpflichtet worden. Die Konzerte dirigierte damals Hans Richter, der für die jeweiligen Proben und Abführungen von Wien nach Budapest reistete. Ich spielte das G-Dur-Konzert von Beethoven und muss es sicherlich nicht schlecht gespielt haben, denn Richter lud mich sofort ein, das Konzert mit ihm im Januar 1898 in Wien mit den Wiener Philharmonikern zu spielen. Im Oktober desselben Jahres nahm er mich mit dem Beethoven-Konzert nach London, wodurch mein großen Erfolg der Grund zu meiner nunmehr raschen pianistischen Karriere gelegt wurde. In 1900 kam bereits meine erste amerikanische Tour. Doch nicht nur den Pianisten durch Nani unterstützte Richter. Der Komponist durch Nani kam auch nicht schlecht davon. Unter Richters Leitung fand die erste Aufführung meines E-Moll-Klavierkonzertes in Budapest statt. Er dirigierte das Werk auch in London und in einigen anderen Städten Englands. Meine D-Moll-Symphonie erlebte auch unter seinem Stab die Uraufführung in England. Ich verdanke Richter auch viele gemütliche und lehrreiche Stunden bei einem Glas Wein oder Bier. Natürlich blieb es nie bei einem Glas. Ein anderer bedeutender Dirigent, mit dem ich in Kontakt kam, war Arthur Nickisch. Während Richters Beethoven-Interpretationen unerreicht waren, so waren es auch Nickischs Wiedergaben der Werke von Brahms und den Romantikern. Nickisch hatte einen bisher und nachher nicht empfundenen Sinn für Klack. Und welch idealer Begleiter er war, wissen nur die, die das Glück hatten, mit ihm musizieren zu können. Ich möchte hier noch eines sehr liebenswürdigen Ehepaars gedenken, das ich vor dem Ersten Weltkrieg in Norwegen und Dänemark häufig traf. Eduard und Nina Grieg. Beide von kleiner Statur, doch von sehr lebhaften Temperamenten. Ich verbrachte viele vergnüglichen Stunden mit ihnen. Schon als Kind hörte ich viel Konzerte, so hörte ich auch Anton Rubinstein spielen, doch war ich damals zu klein, um einen Eindruck von seinem Spiel zu bewahren. Den größten Eindruck von Pianisten erhielt ich von Eugène d'Albert, mit dem sich unter den heutigen Pianisten wohl keiner messen könnte. Im Sommer 1897 habe ich in Bernried am Starnberger See oft ihm vorgespielt und so den letzten Schliff im Klavierspielen von ihm erhalten. Doch hier will ich nun Halt machen. Ich fürchte ohnehin Namen genannt zu haben, die einigen meiner Hörer bereits unbekannt sind. Und so will ich denn, um Neugierige zu befriedigen, nur noch erklären, wieso es kommt, dass ich von einem kleinen Städtchen in Florida zu ihnen spreche. Sehr einfach. Ich wohne hier seit acht Jahren. Nachdem im November 1944 die Russen bereits in der Nähe Budapest waren und ich ungefähr wusste, welches Schicksal Ungarn erwarten kann, bin ich mit meiner jetzigen Frau und ihren zwei Kindern nach Westen geflogen. Wir lebten als sogenannte Displaced Persons eine fürchterliche Erfindung. Zuerst in Neukirchen am Walde Oberösterreich, amerikanische Zone, dann in Kitzbühel, Tirol, französische Zone. Ich musste wieder anfangen zu konzertieren und spielte in Wien und anderen Städten Österreichs und in 1946 und 1947 auch in England. Zu Weihnachten 1947 waren wir an der französischen Riviera, von wo wir April 1948 nach Argentinien auswanderten. Eine Tournee in den Vereinigten Staaten hatte zur Folge, dass ich von drei amerikanischen Universitäten Anträge erhalten habe. Ich wählte Florida. Seit Herbst 1949 unterrichte ich Komposition und Klavier an der Florida State University in Tallahassee, der Hauptstadt Floridas. Tallahassee ist eines der reizendsten Orte, die ich kenne. Ein Garten mit lauter Willen. Keine Industrie. Und so sitze ich nun hier mit meiner lieben Frau und meiner Familie in meiner Villa und spreche in das Mikrofon meines Bandrekorders und will nun Ihnen eine Kleinigkeit am Klavier vorspielen. Doch bevor ich dies tue, möchte ich meinen heißesten Wunsch aussprechen und der ist, dass ich bald im vereinigten und freien Deutschland spielen möge, welcher Wunsch auch das freie Ungarn einschließt. Ich spiele nun ein Stück, betitelt Kaskaden aus sechs kleinen Stücken, die ich in Neukirchen am Walde in 1946 schrieb. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Musik